Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Party, genau, zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Naja, letztes Mal wurde Abby, ich nehme an, es sind Menschenhändler, auf jeden Fall irgendwie haben die was mit ihr vor, gefangen genommen. Ellie ist schon Abby heiß auf der Spur und ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis wir in Santa Barbara sind. Aber vielleicht treffen wir schon Abby sehr bald. Auf jeden Fall sind jetzt, so jetzt nach dem Timeskip, da im Theater, wechseln die Perspektiven auf jeden Fall schneller. Ah ja, Abby killt die ja mit Messer, das hatte ich schon ganz vergessen. Es ist so lange her, dass man Ellie gegen Infizierte gespielt hat. Bei Abby hatte man ja die Wahl, ob man den Infizierten würgt oder mit dem Messer killt, aber Abby muss sie herstellen. Ich weiß, ich wollte hier auf dich warten, aber es ist nicht sicher. Hier in den Wäldern sind überall Rattler. Ich kann nicht riskieren, wieder geschnappt zu werden. Ich warte dort, wo ich dir den Ping-Pong-Witz erzählt habe. Mir fehlt dein Lachen. Ich hoffe, du bist heil rausgekommen. Rattler, sind das die Typen, die Abby geschnappt haben? Wahrscheinlich. Oh ja, Abby hat ja auch einen Bogen. Stimmt ja. Keine Ahnung, muss einen Bogen. Und sie hat auch noch die volle Waffenmantur, im Gegensatz zu Abby. Okay, Ellie hat sich ja auch vorbereitet. Sie möchte ja Sachen zu Ende bringen. Auch wenn ich das nicht gut heiße. Das ist schon ein Dings. Ein normaler Runner. Fuck. Kommen die? Oder beruhigen sie sich wieder? Das ist einfach nur ein Klicker, ne? Der macht Krach für 10. Oben ist noch mehr los, das hört man. Und mit Ellie gefällt mir das. Sie verschwendet keine Messer, ne? Das ist Ellie ist ein bisschen overpowered. Was so Stealthkills angeht. Okay. Ich hab dich gesehen. Es waren zwei auf jeden Fall. Das ist nur eine Szene. Ich hab dich Angst. Hau ab. Ich wollte Munition sparen, aber... Komm. Ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Fuckin' Stalker. Schlimmste neue Infiziertenart. Ich hasse sie mehr als alle andere. Schlimmer als Jamder, schlimmer als Blauter. Okay, der eine hat Bosskampf gegen dieses Megafieh. Das war schon doch noch ein bisschen krasser, aber... Sonst, jeder andere Infizierte toppt keine Stalker. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo die sind. Du wirst immer safe entdeckt von denen. Da hinten in den LKW ist doch bestimmt was drin, oder? Natürlich. Das sieht hier gänzlich anders aus, als da, wo Lev und Abby waren. Also, ich glaube, Ellie ist noch ein gutes Stück entfernt. Und hier sind noch Viecher. Klicker, um genau zu sein. Ach, da oben. Bleib hier! Oh, fuck. Oh, fuck! Oh, fuck! Okay. Ich denke, wenn ich aus Dach gestiegen wäre, hätte ich Krach gemacht, oder? Ich weiß nicht, ob er das Autogeräusch gehört hätte. Oder wenn ich mich hier auf den Dachfannen bewege. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er es gehört hätte. Aber Ellie muss auf jeden Fall aufpassen. Die Typen, die Abby geschnappt haben, haben es drauf. Also, wir haben ja gesehen, wie Abby mit anderen Leuten umspringen kann. Und die haben Abby überwältigt. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Also, die scheinen tough zu sein. Vor allem hier dieses Muskelpaket. Und was ich mich auch noch frage, ist, ähm, wie ist das mit Isaac? Wird das jetzt einfach offengelassen? Was da mit den Skars und dem Wulst auf der Insel passiert ist? Oder haben die sich einfach alle gegenseitig getötet? Dazu wäre auch noch eine Antwort ganz geil. Na, vielleicht liefert mir das Spiel das alles noch. Ich kann, wenn ich die Antwort nicht bekomme, kann ich am Ende des Spiels meckern. Und nicht mittendrin. Okay. Unten liegt auf jeden Fall was. Ich muss irgendwie nochmal nach unten hinkommen. Kann ich hier einfach rüberspringen? Ja. Ich hoffe, ich habe oben alles. Ich denke... Okay. Ich glaube nicht, dass ich nach oben wieder hinkomme. Ich habe auch mal andere Probleme. Äh, um genau zu seinen Schemmler-Probleme, wenn ich das Geräusch richtig deute. Ja. Ist er der Einzige? Nein. Hier sind noch mehr. Da ist noch einer. Ich hoffe, es ist nur ein Schemmler. Ich denke aber nicht. Ich denke, es sind mehrere. Ein Stalker. Fuck. Ja, genau. So. Ruhe. Hau ab. Da ist noch einer. Ich habe einen Molo. Komm. Okay, der eine ist weg. Und der ist auch weg. Ah, zwei Stalker. Ich habe... Aber es ist gut, dass... Ich da hier aus der Ecke noch weggekommen bin. Ja, fuck ist das richtige Wort. Ich schwöre bei Gott, Abby. Wenn die Infizierten nicht getötet haben. Ja, was ist dann? Was ist dann, Ellie? Was ist dann? Ich muss hier weg. Schere ist voll. Könnte ich da irgendwas Nützliches mit herstellen? Pfeile, ne? Ich muss mich jetzt erst wieder ein bisschen umgewöhnen, was Ellie so herstellen kann. Weil wir eine Zeit lang ja Abby hatten. Oh, was sollte das, ey? Wenn die Infizierten dich getötet hatten. Du setzt alles aufs Spiel, was du hast. Vor allem denkst du dir auch überhaupt nicht voraus. Was ist, wenn Abby das Attentat jetzt irgendwie überlebt und dann sich denkt, okay, dann lasse ich sie halt nicht leben und dann zum Beispiel sich Dina und JJ schnappt. Darüber denkst du überhaupt nicht nach. Sie denkt nur an sich. Alles andere ist ihr scheißegal. Sie denkt nur an sich. Davon habe ich noch gar nichts gemacht. Was ändern wir mal, ne? Davon habe ich alles. Feuerrad, die Pistole machen wir mal noch. So, ich habe hier irgendwo schon mal ein Fenster gesehen, wo wir raus können. Da. Ne, nimm mal den Bogen. Hier ist ja alles voller Infizierten. Das wird auch, glaube ich, noch eine Weile so bleiben. Und irgendwann werden wir halt Abby treffen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Hier stehen auf jeden Fall Autos. Okay. Liegt unten am Hügel. Da hinten? 2, 4, 2, 5, Constance. Dann ist das hier noch super weit weg. Das ist alles. Kann ich den Rest schon? Nein. Ah, Moment. Man kann richtig viel lesen. Ah, das habe ich schon gelesen, ne? Ja, genau. Das habe ich schon gelesen. Nein, du sollst nicht umblättern. Ich wollte eigentlich nach oben scrollen. Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt. Dixie National Forest. Dixie National Forest. Ein paar Jäger wollten mich überfallen. Ging nicht gut für sie aus. Ich habe gerade den Standort von Las Vegas erreicht. Von ihr aus kann ich die Infizierten hören. Immerhalb der Mauer müssen doch tausend an Leben sein. Was für ein Albtraum. Ich reite um die Stadt herum. Palmdale, Californian. So, ich verstecke mich in einen Keller. Ich hoffe, diese Horde zieht vorbei. Ich vermisse dich, kleine Kartoffel. Ich bin immer noch in diesem verdammten Keller. Diese Batterien meiner Taschenlampe sind fast leer. Die Dunkelheit spielt mir streich. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Ich rieche Eisen. Ich vermisse Dina. Ich vermisse meine Kartoffel. Was mache ich hier? Das ist genau eine gute Frage. Was machst du hier? Ich bin draußen. Eine Gruppe von Durchreißern hat die Horde abgelenkt. Ein paar von ihnen haben es nicht geschafft. Zwei der Toten waren Kinder. Ich habe sie begraben. Ich bin endlich an der Küste. Es ist umwerfend. Überall Blumen. Und dann diese Morgen der Monk. Es sieht nicht so aus, als ob das Militär hier je durchgekommen wäre. Vielleicht war hier alles zu weitläufig. Ich wünsche, Dina könnte das sehen. Sie würde durchdrehen. Ich mag den Klang der Wellen. Ich gehe die Küste runter. Seit ein paar Tagen habe ich keinen Menschen mehr gesehen. Oder irgendeine intakte Segelhörer. Was, wenn Tommy Fallschlag, wenn sie nicht mehr hier sind? Ich darf nicht darüber nachdenken. Ja, ja. Es ist, denke ich, schon mal rübergekommen, dass ich Ellys Aktion nicht gut finde. Ich will es auch mal jetzt gut sein lassen. Vielleicht gibt es hier noch das Happy End. Auch wenn ich mich frage, wie das zustande kommen soll. Wobei der erste Teil hatte, naja, wirkliches Happy End war es nicht. Joel hat alle abgeschlachtet und Ellie zwar gerettet, aber ihr drei ist ins Gesicht gelogen. Ja. Und die Quittung dafür hat er in diesem Spiel bekommen. Sie muss da unten sein. Ohpala. Okay. Danke, Naughty Dot. Nächster Point of No Return. Aber der war... nicht so schlimm. Infizierte, bitte keine Stalker, wenn ich bitten darf. Oh, das lohnt sich richtig. Wie sieht das eigentlich bei Ellie mit Pillen aus? Sprengpfeile anfertigen. Gucken wir mal. 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Jupp. Das nehmen wir. Lautschwur... Ah, ein Lautschwurzbauweite. Das habe ich ja mit Abby auch gemacht. Und da konnte sie ansatzweise Stalker sehen. Ansatzweise. Ich frage mich, ob das bei Ellie genauso ist. Ich habe den schon wieder... Ah, da hinten ist die Schattierung. Okay. Ja, ist relativ weit weg und man sieht ihn. Das lohnt sich schon, was ich glaube ich gerade gemacht habe. Und das sieht nach Runner aus. Mehrere. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich Krach mache, wenn ich runterjumpe. Die Pfeile dürfte ich ja wieder aussammeln dürfen. Wenn nicht, stelle ich einfach wieder welche her. So. Der hat auf jeden Fall was fein gelassen. Das hat man gesehen. Alkohol. Ich konnte den Pfeil übrigens nicht wieder aussammeln. War das bei Abby's Armbrust? Gucken wir mal. Was brauche ich für Pfeile? Ja, machen wir mal. Der Klebeband brauche ich ja nicht für Messerherstellung oder sowas. Das kann ich eigentlich alles in Pfeile investieren. Da unten ist noch jemand. Das könnte der letzte sein. Ich mache das lieber mit Bogen. Halt still. Ich habe Angst, wenn ich runterjumpe, dass sie das mitbekommt. Und dass hier vielleicht noch mehr sind und dass ich dann Party habe. Ja, den darf ich jetzt wieder einsammeln. Okay. Man kann anscheinend nicht jeden einsammeln. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt die Scheibe zertrümmern, aber... Da ist irgendwas. Eine Falle. Ach du Scheiße. Ellie wird auch von den Typen gefangen, nehme ich an. Oh, müssen sie und Abby dann gemeinsame Sachen machen, um rauszukommen? Abby. Abby. Das glaube ich nicht, dass das Abby ist. Ne, ist sie auch nicht. Miese Drecksäcke, Alter. Die sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wer ist für heute nicht gut sein lassen? Ja, holt das Ding runter und erneuert ihn. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Oh Gott, ist der Typ dumm. Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Oh, fuck. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schüssel. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Na, los. Wenn es doch rum ist, hä? Das ist lustig. Oh Gott, jetzt wissen wir. Okay, Respekt, Ellie. Scheiße! Fuck! Scheiße! Du sagtest Abby. Du suchst eine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Halt's ab. Sie ist draus. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hat, ähm, Dürrenjungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle. In unserem Lager. Was ist das? Du bist da, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Sie bringt ihn um, ne? Auch wenn er's verdient hat. Ich schwör's. Natürlich. Das sagt alles über ihren Charakter aus. Schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie jetzt Ellie auch geschnappt worden wäre und sie mit Abby zusammenarbeiten müsste. Um da rauszukommen. Großes, rundes Haus. Großes, rundes Haus. Schienen zum Resort. Großes, rundes Haus. Ich geh nicht zurück. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Ich geh nicht zurück. Gott verdammt. Schöss. Okay. Woher hatte er die Waffe? Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und achtet auf Infizierte. Okay. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote. Zeitverschwendung. Hunde. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Setzst du jetzt mehr Leute am Tor ein? Die Leute am Tor müssen nur ihren Job machen. Seht euch um. Ich will wissen, ob er allein war. Hat er uns was im Bett? Hier ist nicht. Los, Mädchen. Nicht. Wer hat das gesehen? Aber endlich hat er eine neue Waffe von den Typen bekommen. Schallgedämpft. Ah, dafür muss ich einen Schalldämpfer herstellen, oder? Ich muss aufpassen. Hier in der Nähe war ein Hund. Geil, der Hund. So, Hunde können wir ja mit Bomben erledigen. Der muss mich nur wittern. Das Problem ist... Dann wissen die anderen Bescheid, weil es Boom macht. Ich versuch mal den Hund auszuschalten. Oder das Härchen davon. Das ist gar nicht gut gerade. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Aber warum wittert mich der Hund denn nicht? Okay, er hat das mitbekommen. Das ist nicht gut. Mist. Okay. Power. Okay. Haben das die anderen mitbekommen? Ich denke mal nicht. Kann ich den Pfeil wieder mitnehmen? Nein. Sieht so aus. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Ähm, aber... Was eben in der Cutscene passiert, hat der gesagt, Abby vor Monaten? Ist da so ein großer Zeitsprung hinswischen? Zwischen? Naja, Leute. Bleibt auf jeden Fall. Elli, Abby finden. Vielleicht finden wir es schon im nächsten Part heraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.